Kleines Balance-Update in Mechabellum, steigen wir direkt ein. Der Vulcan wird gebufft, 3% mehr Attack-Power. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt unbedingt erforderlich war, aber die Freischaltungskosten, dass die in den vergangenen Patches natürlich angehoben wurden auf 200, das macht ihn wesentlich teurer. Von daher, wenn er jetzt ein bisschen mehr leisten kann, ist das recht willkommen. Die größte Änderung ist aber sicherlich hier die Anpassung von Impact Drill bei den Crawlern. Das sorgt ja letztendlich dafür, dass die wesentlich mehr Attack haben und der Bonus lag bei 200%, wird weit abgesenkt auf 125%. Und ich denke, dass das durchaus angemessen ist, da die Crawler ja so ein bisschen gebufft wurden. Ich finde aber, dass dann das Upgrade wahrscheinlich sogar ein bisschen günstiger sein sollte, aber das wird sicherlich noch beobachtet werden. Der Overlord wird mal wieder angepasst und zwar jetzt nochmal 5% Attack-Increase. Und bevor man jetzt laut aufschreit, wieso denn noch stärker? Der Attack-Intervall wird ein wenig raufgeschraubt um 0,2 Sekunden. Das ist jetzt zwar nicht allzu viel, aber im letzten Patch wurde ja auch der Splash-Radius etwas runtergesetzt. Von daher macht das schon eine Menge aus. Das muss man natürlich beobachten. Jetzt, wo natürlich hier dieser Attack-Intervall auch raufgesetzt wird, insgesamt ist das Upgrade Launcher Overload, was ja diesen Attack-Intervall heruntersetzt, natürlich umso wichtiger. Aber das ist eigentlich standardmäßig mit Reichweite ja drin. Dann noch interessante und unerwartete Anpassung beim Scorpion, nämlich dieser Säureangriff, den er besitzt, der bleibt aktuell 40 Sekunden auf dem Boden liegen. Und das Ganze wird jetzt wesentlich weniger, also 15 Sekunden. Und wenn man das jetzt mal im Zusammenhang mit dem Buff oder Nerf von Photon Coating sieht, ja, Photon Coating wurde ja so angepasst, dass der Effekt länger hält, dafür aber zumindest von der Schadensreduktion nicht so stark ist, dann gilt jetzt Photon Coating länger als hier zumindest eine Salve, die dann liegen bleibt. Aber man muss natürlich bedenken, dass der Scorpion, wenn er natürlich nicht gleich am Anfang stirbt, immer noch mal ein paar Salven nachlegt, ja. Dann Sabertooth, die eine seltene Einheit, die, ja, ich würde jetzt nicht sagen Underused ist, aber ich denke, fast alle sind sich einig, dass eigentlich der Typhoon da die beste Einheit ist. Da wird der Attack-Intervall ein wenig runtergesetzt. Ja, ich hatte ja mal den Sabertooth so ein bisschen vom Angriff her mit dem Fortress verglichen. Sehr starker Angriff, aber sehr, sehr langsam, das war ihn jetzt wohl etwas zu langsam. Deswegen doch ordentliche Absenkung hier auf die drei Sekunden. Ein paar Bugfixes gab es auch noch. Und dann möchte ich hier in diesem Video auch nochmal in eigener Sache auf meinen eigenen Stream aufmerksam machen. Also ab jetzt, ich habe noch ein paar Videos in der Pipeline, werde ich die Spiele in einem Livestream übertragen. Wer es nicht schafft einzuschalten, weil das wahrscheinlich recht unregelmäßig und mit unregelmäßiger Länge stattfinden wird, kein Problem, ihr könnt euch dann einfach die Aufzeichnung ansehen. Ich gebe mir da Mühe, auch im Nachhinein die Spiele direkt in die Zeitleiste zu packen, sodass man direkt zu den einzelnen Spielen springen kann, wenn einem das Scharmützel dazwischen nicht gefallen sollte. Ansonsten liegt der Fokus, wie immer, sehr stark auf den Partien. Das heißt, ich chatte jetzt auch nicht groß während der Partien, da habe ich das Chatfenster ganz zu. Und dann immer zwischen den Partien kann man dann eventuell ein paar Fragen stellen. Und wir können uns ein bisschen darüber unterhalten. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.